Ja und damit erstmal willkommen zurück zur Let's Play Live Show, willkommen zu Soma, mach nochmal ein bisschen heller, Prost. Eskalation Tag, ich grüße Sie, willkommen zurück zur Let's Play Live, Let's Play, Opa, Let's Play Live Show. Und anscheinend auch gerade ist wieder, ja genau, so willkommen zurück alle. Ja und der Horror geht weiter, genau, wir machen weiter mit dem Live LP, zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Ach ja, scheiße. Ich habe ja ganz vergessen, wo wir waren, scheiße. Ja und jetzt lernen die Leute, die heute mal neu sind hier in den Let's Play Live Show an Zuschauern, werden den Flexi mal von der anderen Seite kennenlernen. Und zwar von der Seite, nicht nur lachend, sondern auch in die Hose scheißend. Soma genauso schlimm wie Outlay ist, schlimmer. Soma ist schlimmer, finde ich persönlich. Und ich habe keine Lust hier. Ach, wir haben ja Dings, wir müssen uns unbedingt Leben organisieren irgendwie. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier, im Übrigen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es eventuell, mach Soma. Hi, mach Soma, ich grüße dich. Ich frage mich gerade, warum die Türen hier so schwer sind. Ich gehe erstmal hier schauen. Ähm. Warum? Was wollte ich gesagt? Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Also man muss es echt mit aufgedrehten Kopfhörern spielen und alleine. Und dann bist du ganz nah am Bildschirm, so wie ich auch. Der Bildschirm ist ungefähr... Moment, ich kann mal eben kurz zeigen. So, jetzt noch ein Zeigefinger da dran. Ja, also... So, nah ist der Bildschirm. Ja, dann wisst ihr ungefähr, wie nah ich dran sitze. So. Ich verstehe das nicht. Was? Ich verstehe das. Was verstehst du denn nicht? Verstehe ich nicht. Da ist eine U-Bahn. Hey, nicht vor die U-Bahn springen. Das ist meine Alternative. Äh, das werde ich... Das werde ich tun, sobald ich mit dem Let's Play fertig bin. So. Ich glaube, da kommen wir nicht rein, ne? Nein. Hashtag Survival. Tyrael Prime. Grüße Sie. Wir kommen zur Let's Play Live Show. Hashtag Leise. 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 Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Wir humpeln. Ich hoffe, wir finden gleich eben die Sonne. Waaaaaah! Alter! Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Was war das denn, bitte? Das fängt ja schon gut an. Was war das denn? Was ist denn jetzt? Was? 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 Hallo? Was? Ich mach mich. Was? Es ist okay. Ähm, ähm. Die hat uns irgendwie da eingeklebt. Das fängt ja gut an. Ach du Scheiße. Okay, zurückkommen wir nicht. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Live Show und zu Sova. Was ist hier los? Die Tür funktioniert nicht. Alter. Huh. Ha. Huh. Huh. Ähm. Das fängt ja gut an. Ich dachte, ich habe da das Schlimmste schon hinter mir. Okay, die U-Bahn scheint jetzt zu funktionieren. Ich will trotzdem nochmal hier in die Tür gucken. Will ich das? Ich gehe trotzdem erstmal in die U-Bahn gucken. Alter, was war das denn? Hahaha. Alter, wie geil. Okay, wir können das Omnitool, oder? Ne, geht nicht. Ne, ach ne, wir können ja eh nicht fahren. Das ist ja abgesperrt. Wer ist das denn? Können wir den lesen? Ne, ich lege dich raus. Was? Wer? Wo? Was? Können leider nicht lesen, wer das ist. Ne, ich lege dich raus. Ne, ich lege dich raus. Huuuuh. Ha. Huuuuh. Alter, ich brauche gleich herz mit dem Baldrian. Alter Schwede. Also, damit ihr jetzt mal gar nicht gerechnet ist, ist es schon... ...dass es so anfängt heute. Ja. Ist ja ein guter Start. Dann wisst ihr ja schon mal, was euch erwartet. Ach du Scheiße. Hallo. Ich, ich will eben... Huuuuh. Huuuuh. Scheiße, da ist was. Huuuuh. 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 Ist das Knubbel, Freddy? Es ist wieder Knubbel, Freddy. Unser Knubbel, Freddy, ist wieder da. Ja, geil. Ich weiß nicht, was wir tun müssen. Ich gehe mal hier lang. Huuuuh. Ist zwar laut, aber egal. Mach offen. Alter, mach offen. Müssen wir irgendwas tun hier? Ich hoffe, Knubbel, Freddy, kann die Tür nicht offen machen. Scheiße, hier kommen wir gar nicht durch, oder? Scheiße. Fuck. Fuck. Scheiße, müssen wir da zurück. Oh, wenn der jetzt vor der Tür... Rennen vorbei. Ja, 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 ja. Mach die Scheiße auf. Hm, hallo? Was? Was? Nein. Ich habe nicht auf Kreis gedrückt. Nein. Habe ich nicht. Kommt der? Kommt der hier? Der kommt aber nicht hier rein, glaube ich. Da geht es eh nicht lang. Puh. Der hat jetzt noch ein bisschen was mit seinem Atem, ne? Also... Okay, der kann anscheinend doch Türen aufmachen. Also... Knubbel, Freddy! Da ist auch eine Tür. Hm? Hm? Oh! Äh, nein. Da ist eine Sackgasse. Wir müssen bestimmt da hinten hin. 100%ig, wo der ist. Ich sehe den gar nicht. Hallo? Was ist hier? Ah, hier ist Licht. Ja, sehr schön. Funktioniert ja super. Ah, der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Knubbel, Freddy, kommt. Knubbel, Freddy, kommt. Knubbel, Freddy. Hallo, Knubbel, Freddy. Ach, jetzt geht er wieder in die andere Richtung. Ach, komm. Knubbel, Freddy. Mann. Sei nicht so. Wo müssen wir hin? Verdammt nochmal. Ah, bestimmt hier. Oder? Schnelltür zu machen. Mach schnell die Tür zu. Ich würde mich gerne umsehen, aber ich habe etwas, etwas im Rücken. Hi, Pin-Killer. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Den ersten Lacher hast du schon verpasst. Aber volles Rohr. Oh nein, Ladebildschirm. Der kommt durch die Tür gleich. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Der ist da. Der ist da rechts gewesen. Scheiße. Ja. Er kommt durch die scheiß fucking Tür. Bleib da. Knubbel, Freddy, bleib da. Kannst du dir angucken auf YouTube, ja? Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge das wird. Scheiße, Mann. Fuck. Ich muss gerade mal eben hier bannen. Der Vollidiot hier postet schon wieder links. Mein, was ein Trottel. Jetzt geht der auch noch da lang. Da müssen wir bestimmt hin. Müssen wir ein bisschen... Kommt der? Ja, er kommt. Er kommt, er kommt. Knubbel, Freddy, kommt. Knubbel, Freddy, kommt. Knubbel, Freddy, kommt. Der soll abhauen. Der hat wahrscheinlich früher rote Hand geraucht. Deswegen hat der so ein Asthma-Husten. Ciao. Oh, da, Lebensenergie. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Halt die Faust da rein. Fiste. Fiste, was das Zeug hält. Nimm die Hand da raus. Alter, ich sehe überhaupt nichts mehr. Oh, oh. Knubbel, Freddy, kommt. Knubbel, Freddy, kommt. Aber wie? Der stammt voll. Knubbel, Freddy, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich weiß, du bist da. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg, Knubbel, Freddy. Geh weg. Ich weiß, der ist da. Der ist da. Ich weiß es genau. Der soll weggehen. Ja, voll nervig ist er links. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Mach die Scheiße auf. Knubbel, Freddy, hype. Prost zusammen. Alter, jetzt hauen sie aber alles raus. Wird geht, ne? Mit Horror. Am Anfang war es ja total entspannt irgendwie. Da atmet jemand mir ins Hörchen. Der packt mich gleich. Ich sehe es schon, kommt einer packt mich gleich von dem. Ich höre, ich höre ihn. Ich höre ihn. Aber ich sehe... Scheiße. Knubbel, Freddy, ich hab dich nie geliebt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wasch dich mal. Alter, wasch dich mal. Guck dich mal an, wie du aussiehst. Da müssen wir bestimmt rein. Verdammt. Ich lenke den mal ab. Warte mal. Vielleicht kommt er dann hier hin. Die Frage ist nur, wo kommt der lang? Links, rechts? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh Mann, der geht immer da lang. Wir müssen bestimmt da rein. Ja, sicher müssen wir da rein. Da gibt es keine andere Tür. Was in dem lag. Prost. Hey, wo sind die 43 Zuschauer von eben? Da waren wahrscheinlich viele dabei, die Englisch nur sprechen können. Weil die Beschreibung auch auf Englisch war vielleicht deswegen. Scheiße, scheiße. Werde ich mal früher da hingegangen? Mann, alter Dick. Habe ich schon erwähnt, dass Knubbel Freddy mir ein bisschen auf den Sack geht? Ein bisschen nervt er manchmal, ne? Wir gehen ihn einfach mal hinterher jetzt, wenn er sich umdreht. Um mal zu gucken. Ich hoffe, der bemerkt uns dann nicht. Was ist los? Wie, was ist los? Was soll los sein? Oder merkt der unsere... Kann das sein? Ah, der... Der bemerkt unsere Taschenlampe, kann das sein? Ja, merkt der. Was? Was? War ich nicht? Ich habe nicht Dreieck gedrückt. Geil! Also, die Sommame... Äh, die Sommamep ist richtig cool von den beiden. Richtig geil. Ich feiere das voll. Die ist richtig cool. Die muss... Äh, die muss ich unbedingt mal anspielen. Bei euch. Unbedingt. Scheiße, wo muss ich hin? Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was? Was? Warum flackert hier alles? Scheiße, wo muss ich hin? Ähm... 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 Da bestimmt, oder? Oder? Nein. Äh, was, was? Wo muss ich... Wo muss ich hin? Hier? Hier ist was. Was? Und jetzt? Oh, oh, der kommt. Scheiße, der kommt. Aber ich sehe nicht, wo. Dann melde ich mal. Ja, kann ich? Mach ich. Jetzt müssen wir bestimmt zu der Tür, die zu war. Vermute ich jetzt mal. Ich hoffe, dass wir... Hallo! Wir können mit dem Licht locken. Finde ich ganz cool. Wir müssen da hinten irgendwo rechts abbiegen. Aber ich glaube, der ist da rechts gerade irgendwo. Weil ich das richtig sehe. Da ist er! Da ist Knobbel Freddy! Der haut ab, ne? Knobbel Freddy? Nicht in unsere Richtung drehen. Nicht in unsere Richtung drehen. Geh einfach weiter. Hier, war hier die Tür? Ja, 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 ja. Ciao! Mach's gut! Ciao! Boah, Alter! Was? What the fuck? Muss ich jetzt runterspringen? Ähm, werde ich ja dann wohl, ne? Ciao! Ähm. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, wie wir hier wegkommen, aber wir probieren es einfach mal aus. Das war jetzt so die erste Alternative, diese Leiter. Ich hoffe, wir kommen hier weiter. Mit der Leiter kommt man immer weiter. Alte Bauern. Alte Bauern. Weiß. Hi, hi, hi. Wie cool das ist mit diesem... Das im Hintergrund alles verwischt ist. Äh, da kommen wir nicht lang. Hier komme ich weiter. Nach da oben. Was bringt uns das? Da kommen wir da weiter. Hm. Hm. Alter Pinne. Hier gibt's hier Kletterpartie. A la, äh, Dying Light. Tag. Parcours. Ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit, um hier jetzt mal eine kleine Pause für YouTube zu machen. Machen wir für dich YouTube, äh, auf YouTube jetzt mal eine kleine Folgenpause. Also, ich gleich.